Herzlich Willkommen zu einem neuen Quickie heute, droht wirklich Lebensgefahr durch den Stich einer Hornisse? Allergiker können bereits durch Wespen oder Bienenstiche einen lebensgefährlichen Schock erleiden. Und der Volksmund sagt, Hornissen wären noch gefährlicher. Ein Stich tötet ein Kind, sieben Stiche tötet ein Pferd, heißt es. Zum Glück ist das falsch, denn das Gift der Hornisse gleicht dem von Bienen oder Wespen und wird von Toxikologen, also Giftexperten, sogar harmloser eingestuft. Aber der Stich schmerzt mehr, weil das Gift einen höheren Anteil des Botenstoffs Acetycholin enthält. Zudem ist der Stachel länger und kräftiger als bei Bienen und Wespen, dringt tiefer in die empfindlichen unteren Hautschichten ein. Kleiner Trost, nur wenn sie ihr Nest bedroht sehen, gelten Hornissen als aggressiv. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Quickie. Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.